Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Curve Fever, mitten einfach angefangen, so. Yeah. Ja, das ist, wenn man sich nicht konzentriert, sondern eine Ansage auf einmal machen muss mittendrin. Ja, immer diese Ausreden. Ja, neu starten. Okay, das hol ich wieder aus. Warum haben wir eigentlich beide so schwule Farben? Ah! Oh. Ey, übertreib nicht, ja? Ja, das hat sich jetzt ja wieder ausgeglichen. Äh. Der war durch. Curve Fever, Curve Fever. Ja, ja. Ja, ja. Wie hast du eigentlich die Musik ausgestellt? Unten ist so ein blauer Ball, ganz rechts. Jetzt kommt Skill. Ah, cool. Ja, wenn nix kommt. Ah, jetzt. Oh, ja. Oh! Eins. 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 Ja? Okay. Hast du es gekriegt? Ich weiß es nicht. Nee, bei mir ist doch alles normal. Das war ein Negativ-Effekt, ne? Ja, ja. Für den anderen dann. Oh, 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 ich bin schnell, ich bin schnell. Oh, 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 nein. Was hab ich gemacht? Ich bin der Bieste. Raunt. Ich hab mich selbst irgendwie fünfmal gekreuzt. Ja. Je. Schon ein bisschen oerkelhaft. Oerkelhaft, ja. Oh nein, ich bin der. Oh, yo. Ich hab auf dich, auf deinen geguckt. Hä? Oh, jetzt bist du hier nochmal. Ah! Oh, 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 oh. Was ist eine Aktion, Alter? Was ist das? Was hast du jetzt? Nein! Dick, ich bin Dick. Hä? Ich hab mir die ganze Zeit schnell und Schülkröte zusammen. Die ganze Zeit so Sachen, die sich gegenseitig aufheben. Guck mal hier, Alter, krasse Ringe. Uh! Oh, Alter, wie langsam ich bin! Nein! Ja! Ich hab voll nicht drauf geachtet. Wie das voll geholfen hat. Danke. Ja, bitte. Das nennt man Teamplay, Alter. Ja, ja. So läuft das bei uns. Ich bin ganz nett da. Boah, yo. Nein! Arschloch. Hm? Du fühlst so Teamplay. Hat gar keiner gemerkt, dass ich gerade neingerufen habe. Doch, ich. Zu meinem Bruder. Der muss auch einfach hier reinkommen. Also wirklich. Echt, die müssen wissen, dass du aufnimmst. Normalerweise mach ich immer die Türen. Nimm dieses Verhandlungsbruchungsding. Oh. Ist ich da durch? Oha, jetzt. Jetzt ziehst du rein. Bam! Bam, Pong bei mir irgendwo rein. Bam! Wie lange hab ich das? Joho! Einmal noch. Oha. Das war schon gefährlich jetzt. Nein. Ja! Wie ich das gerade so schneller geworden bin. Wieso bist du schneller geworden? Ja, weil das vorbei war. Ich hatte... Ach so, das ist ein negativer... Okay. Ich bin ja. Oh. Alter, zieh dir mein... Oh. Ich wusste, da kommst du nicht mehr raus. Doch, doch. Oh mei, ich hab meine Facecam ist auf Autofokus eingestellt. Oh oh. Oh, das ist schon nicht gut. Da muss ich ganz ruhig sitzen bleiben. Wie du immer erst diesen Kreis am Anfang machst. Was dagegen? Nein. Jetzt kommst du mit wenig Sachen, ne? Es ist noch gar nichts gekommen, oder? Ne, irgendwie nicht. Ja! Oh ja, langsam. Hä? Gesehen, ich hab das eingesammelt, obwohl es bei mir drin war schon. Oh nee! Oh lolololololo! Oh nein! Nein! Ich muss hier raus! Boah! Oha! Oha! Alter! Oha! Gib mir mal die Schildkröte, Alter! Bitte? Ohja! Geil! Oh man, du hast eine lange Runde! Nein! 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 Scheiße! Ah! Ah! Ich bin mal gespannt, wie lange das geht überhaupt! Es scheint nämlich nichts, wie lange das... Ah, hörst du! Wie schnell! Stehen! Voll dumm! Hab ich doch gesagt! Oho! Oho! Weil die so die gleichen Bewegungen machen! Er ist in einer Nalkette, Alter! Ähm, also... Oha! Oh! Nein! Warm, Alter! Der war nicht nice! Tschakka tschakka! Der hackt doch! Wir hatten Nodos! X-Way! Ja! Ja! Wir machen wieder etwas Schönes! Ne, ne! Wie dick! Oha! Oha! Was mach ich hier? Ja, hast du Glück! Oha! 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 Dass da gerade die Pause kam! Alter! Wie krass! Oh, ne! Das darf ich nicht! Nicht hier! Nicht! Hier! Oh! Oh! Das war ein bisschen zu ehrgeizig an der Seite dran! Dann... Was soll wir machen? Okay, dann wollen wir mal anfangen, ne? Ja, fangen wir mal an, äh... Ernst zu spielen! Das ist ja langweilig hier! Ja genau, ey! Also... Alles ne Schau! Wow! Oh, das ist nicht fair! Wie soll... Ich da rauskommen? Das wird zugemacht, die Hälfte! Oha, was ist das hier? Du warst durch, ne? Ja! Yo! Hau ab! Geh auf deine Seite! Boah, nein! Ich mach jetzt ernst! Ich muss ja nur drei Punkte machen! Nee, deswegen mach ich jetzt ernst! Achso, ja! Danach machen wir noch ne Runde! Okay! Mama! Nee, zusammen! Guck mal, ich hab nen Schuh gemacht! Ich hab Kopfhörer gemacht! Oder nen BH, keine Ahnung, man! Das ist in BH, Alter! Ja, vorhin die Möppi, so... Weißt du, so Kokosnüsse? Achso! Hättest du noch eine machen müssen für die Tuse, die sich die dritte Titte machen lassen hat! Was? Hast du das noch nicht mitbekommen? Nee, man, Amerika? Ja... Natürlich, wer sonst? Oh, ich bin langsam! Guck mal vor die Rennstrecke bei mir! Und ich geh jetzt li- Uah! Ich hab mich grad irgendwie in die Richtung vertan! Ist ein bisschen wie ein Nürburgring! Aus! Oh, nein! Warum?! Ja, bam, Alter! Hehehe! Ey! Ganz klar Nodus! Ganz klar! So was war... Ey, Videobeweis! Ich hab aufgenommen! Hä? So, kommen wir jetzt nochmal, oder was? Ja! Guck mal, ich kann Chat machen, Alter! Der war Null drin! Ja! Der stand da schon! Ey! Storch! Ist das Russe oder Asiate? Ganz ehrlich! Immer was an- immer was anderes! Was? Typen! Ah! Hä?! Was war das denn?! Da war erst ne Lücke und dann... Oha! Oha! Das fing eben aus so an! Das ist Gil! Oh, Synchronenschwill! Haha! Oha! Ich will langsam sein! Lala! 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 Okay, ich will langsam sein! Ich bin erster! Ich bin erster! Ich bin erster! Ja! Ja! Was hab ich denn hier noch? Guck mal, hinkalst du durch sie selbst? Nein! Haha! Nur durch die Wände! Durch sie selbst ist doch nochmal ein anderes Item! Ja! Kann ja sein! Lappen! Ja! Wusste ich das! Ich bin nur nett! Ja gut! Aber hier saß ich schon mal, als ich sogar Fieber gespielt hab! Oh! Oh! Noll! Angelekt! Angelekt, Leute! Hä? Was hatte ich genommen? Weiß ich nicht! Waren so drei Titten, Alter! Ja! 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 Waren am Anfang immer schön synchron unterwegs! Oh! Na acht! Oh! Oh ja! Wer fett, du Schwein! Nein! Nicht in meine... Oh! Oh! Shiesch, Alter! Shiesch! Nyauuu! Nyauuu! Ohohoho! Alter! Nyauuu! Boah! Schau dir vor, das wäre einfach immer auf diesem Vollspeed-Ding! Ja! Voll easy! Nein! Was? Hast du irgendwie Parkinson, dass du so verzitterst davor? Oh! Was? Parkinson! Nee! Das ist mit den zitternden Händen, was die alten Leute immer kriegen! Ah! Oha! Wo bist du? Wo bin ich? Das ist einfach wie bei Minecraft, das Void! Das ist aber weggegeben! Richtig lame, Alter! Oh! Oh man! Oh, das Blatt hat sich gewendet! Das ist doch voll cool! Das Blatt hat sich gewendet! Oh! Oh, man kann alles wegradieren! Oh, ja, 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 ja! Oh! Schade! Aber das Radigummi war alles weg, ne? Na, das sind alle Linien weg! Geil! Ich nehme jetzt nochmal diese drei Punkte, keine Ahnung wozu die gut sind! Dann kommen mehr Items! Ah! Für alle! Oh! Ah! Oh! Ja, gut! Man muss auch bemerken, wir nehmen um 3 Uhr nachts auf! Wir haben 21 Uhr! Psch! Ruhig! Oh, das will ich haben! Das will ich haben! Ja! Ich komme! Nein! Nein! Ja! Nein! Einfach so! Ja, ja, ja! Was ist das? So ein Leberwurst-Würstchen! 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 Prä-intro-pam! Oha! 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 Du brauchst ne lange Runde, Alter. Mehr Punkte, äh, mehr Dinge ins. Oh, jo! Oh, nein! Das ist... Ja! Nicht fair. Guck mal, wir haben angedockt unten. Ist er wieder schwul? Nein, das ist, äh, ne Homo. Hier, ich mach wieder so ne Analkette. Analkette sind immer gut. Soll ich vor die Analkette. Oh, oh. Extra für dich. Nein! Ich hab die Ruhe, wenn ich den krieg. Oh, Fettentupf. War natürlich geplant. Ja. Oh, ja. Oh, oh. Oh, ja. Oh, nee. Ja. Oh, noch ein Punkt. Oh, ja. Oh, oh. What's wrong, ey? Ja, gut, hab ich gesagt. Ja, Leute. Oh, ja. Ich hab schon voll viele Freunde. Ich hab fünf Punkte gekriegt. Wofür? Ja, ich hab die gekriegt. Fünf. Ja, gut, Leute. Wenn euch Curve Fieber gefallen hat, dann fickt euch einen. Lasst ihn doch nach unten da. Guckt nicht bei Malte vorbei. Der hat ja, doch, er hat ja noch einen Dicksanal. In der Abo-Box von mir ist ein Design-Kanal, der macht tolle Sachen und ich gucke die ganze Zeit irgendwo unten in der Ecke, wenn ich mit euch reden tue. Nein, kennst du? Ja, das ist nicht so. Du hast aufgefallen, dass du auch so viel Sperma... Ja. Okay, haut da rein bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.